hallo und herzlich willkommen hier im knifepub heute mal wieder mit einem kleinen unboxing für euch und ich würde sagen wir legen mal direkt los ja das paket sprengt von der länge hier so ein bisschen mein display wie ihr sehen könnt aber ich hoffe dass das was drin ist bzw ich bin mir sicher dass das was drin ist da gleich wieder was dran ändern wird ich habe bestellt bei knifepub und die verpackungen sind ja oft ein bisschen größer als das was drin ist ja schauen wir doch mal rein ihr könnt schon sehen benchmark mini socp was haben wir hier noch einen kleinen katalog vielen dank benchmark mini socp ja hier in der 177 bk version mein erstes benchmark muss ich sagen mein aller aller erstes benchmark messer ich freue mich wir schauen gleich mal rein wir sehen schon hier neck knife carry ist möglich und hier das absolut nicht zu der verpackung im relations stehende messer machen wir mal den karton kurz wieder zu alles klar also wir können hier sehen das benchmark mini socp design von greg thompson wir schauen uns das ganze mal an man erahnt schon was das hier sein könnte aber wir ziehen es gleich mal raus wir haben hier ein fixed blade also keine schlösser keine klapphilfen fixed blade designt hier komplett griff und klinge aus 440 ja 440 c stahl auch hier steht auch wie praktisch 440 c first production steht auf meinem drauf das schadet nicht das freut mich auch gerade ein bisschen wir schauen uns hier gerade nicht günstiges kleines werkzeug an ich sage es mal direkt dazu ich habe jetzt bezahlt 120 euro wenn ich mir jetzt anschauen wie klein dieses messer ist verstehe ich wenn man nicht bereit ist das geld dafür in die hand zu nehmen ich hatte lust drauf und ich wollte es mir unbedingt angucken warum komme ich gleich auf jeden fall zu wir schauen uns auf jeden fall noch mal ein bisschen weiter an wir haben hier eine spearpoint klinge das kann man in dem licht nicht ganz so gut erkennen doch hier genau wir haben hier eine spearpoint klinge es gibt verschiedene ausführungen die gibt es auch als dagger version für den deutschen und europäischen markt dann auch nur einseitig geschliffen ich habe mich bewusst für den spearpoint entschieden weil ich mag dass der blade stock hier oben tatsächlich doch noch ein bisschen besser zu greifen ist ja mit meinen medium bis large sized händen schauen wir mal man bekommt hier einen wirklich erstaunlich guten grip hat natürlich damit zu tun dass absolut vorgegeben ist wo die finger sich hier an diesem messer zu befinden haben also sowohl in diesem griff kann ich einen sehr schönen druck ausbringen auch hier mit dem großen jimping habe ich das gefühl dass ich das sehr sehr gut in meiner hand einschließen lässt als auch mit dem griff wie es denn dann gezogen würde nämlich hier diesem reverse grip man hat hier oben sieht man jetzt schön an dem ring auch noch ein sehr sehr starkes jimping jimping ja ich kann das messer komplett umschließen und es guckt sogar noch ein bisschen was unten raus wie praktisch ist das ja wir haben hier natürlich ein absolut taktisches messer es gibt ja viele messer die für verschiedene zwecke gebaut sind und was natürlich jetzt auch seitdem der messermarkt wieder ein bisschen mehr beliebtheit ja hat und viele leute wieder kaufen viele messer hersteller viele designer versuchen gerade die eierlegende wollmilchsau zu erschaffen indem sie ein messer designen und herstellen was edc kann was handwerk kann was schnitzen survival und tactical und alles gleichzeitig kann und ich fand es tatsächlich extrem erfrischend mal wieder messer zu sehen wo der punkt ganz klar ist das ist ein taktisches messer und ja da braucht man nicht groß drum herum reden SOCP steht nämlich für special operations combatives program das ist mit ich sag's vorsichtig und in anführungsstrichen aber experten und expertinnen des militärs und der selbstverteidigung entwickelt wurden greg thompson selbst sehr große erfahrungen auf dem so cp bereich und das ist auch schon die zweite version es gibt die normale so cp version die ist dann deutlich länger wir schauen uns hier nämlich eine gesamtlänge von 16 cm an also überschaubar wie man gerade schön gut in meiner hand sehen konnte ein wirklich kleines aber ja fieses werkzeug würde ich es fast nennen und der griff alleine übernimmt hier 11,5 cm so dass man halt diesen guten grip da drauf bekommen kann wir schauen uns jetzt hier nochmal die scheide an die ja da ist nämlich zum ursprünglichen modell ein bisschen was verändert worden der pocket clip ist nicht mehr wirklich ein pocket clip man kann es zwar in der tasche tragen aber wie man hier an dieser rundung sehr schön sieht ist das messer jetzt wirklich so designt dass man es problemlos inside waistband tragen kann und von innen heraus die schlaufe über den gürtel führt so dass es dann auch wirklich am gürtel hält das war wohl ein feedback von first respondern dass das schwierigkeiten gab wenn es dann darum ging das messer zu ziehen dass es ja sich vom gürtel gelöst hat ohne aus der scheide rauszukommen und das will man ja natürlich gerade in einer taktischen oder notsituation nicht haben dass da irgendwas im weg ist des weiteren das kann man jetzt glaube ich auch für alle alten modelle neu dazukaufen ist jetzt aber automatisch schon im lieferumfang enthalten hier so eine kleine lederplatte wenn man inside the waistband carry mag und das vor hat zu machen legt man die einfach hier drauf und es sind dann auch dazugehörig noch schrauben mitgeliefert die packe ich jetzt mal vorsichtshalber nicht aus schrauben und muttern mitgeliefert so dass man das hier ordentlich verschrauben kann das heißt wenn ich das inside the waistband trage das messer dann drückt der das metall und das kunststoff nicht unbedingt direkt gegen meine haut oder mein t shirt sondern wird hier noch von diesem leder abgefangen und ich habe mich erkundigt und die leute die ich kenne die das besitzen die sind extrem zufrieden damit die sagen das leder funktioniert hervorragend ja ansonsten zur scheide muss ich sagen die ist so schmal gehalten wie es irgendwie ging bei dem messer wie ihr hört es rüttelt nichts klappert nichts also auch wieder total auftragsbezogen hätte ich es jetzt schon fast genannt ja hier auch made in usa das ist eine kunststoffscheide ich weiß nicht ganz genau was das für material ist was benchmade hier verwendet hat aber das scheint mir auf jeden fall einen ordentlichen eindruck zu machen ich freue mich sehr das messer ein bisschen zu testen vor allem zu testen wie es so ist das inside the waistband zu tragen weil da habe ich natürlich noch gar keine erfahrung gemacht und ja ich bin mal gespannt und werde euch natürlich auch nach längerer zeit noch mal ein feedback geben was haltet ihr von socp ich möchte nicht allzu politisch werden deshalb mache ich es mal ganz kurz ich finde da sollte jeder selber wissen was er macht und was nicht macht solange sich das im rahmen der gesetze ja irgendwie wieder findet finde ich ja kann man das verkraften ich verstehe die gegner sowohl wie die befürworter und ich habe es mir jetzt tatsächlich einfach mal geholt um mir eine eigene meinung zu bilden wie ist das denn überhaupt so was zu tragen ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr dass ihr wieder eingeschaltet habt bei the knife pub